Er hat die Flasche gegeben und muss so trinken. Also sonst Wasser. Viel bessere Qualität. Wenn wir schauen, dass was da oben rumwächst. Wenn die ganze Vegetation kaputt ist. Das zeigt dann, dass vielleicht das Wasser nicht so gut ist. Wenn man das Gülle und so. Und dann kann das Wasser zu viele Nährstoffe, dann können Bakterien rumwachsen, und dann bin ich noch mal gesunder. Wenn es nur Wald rüber ist, dann ist es gut. Dann hat man keine Scheiße in dem. Okay.